Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Hexed Remastered zusammen mit dem White Life Circle. Oh, du bist so faul! Mit C-Leicht, Fünx, Oni, Sora, Martin, Miri und Baloui. Ich bin Baloui. Und ich bin Baloui. Wir haben hier die Erlaubnis dazu gegeben. Ja, Miri darf das machen. Miri, wir brauchen XP, das heißt, wir müssen Monster schlagen. Jagen. Dann kommt den Diebkark, da sind genug. Oh, stimmt, wir können ja im Diebkark uns austoben. Das hört sich an, als würde ich da nicht hinwollen. Irgendwann hat hier gerade gerülpst, ich will es nur mal erwähnt haben. Aber das Diebkark, komm mit, Miri, komm mit, komm. Miri denkt dran, die Mops im Diebkark sind stärker. Komm, Miri. Wo bist du? Hier, in unserem Haus drin, komm. Ich will da nicht hin. Das hört sich nicht nach einem netten Ort, okay. Da ist das, hier muss man sich nur draufstellen und warten. Warten und warten. Das ist kein schöner Ort, Miri. Na komm, ich komm mit. Ich will da nicht hin. Was, wenn ich da sterbe? Ja, dann ist Baloui schuld. Ja. Ihr könnt fliegen, oder? Ja. Ja. Könnt ihr den Weg runter, im Gegensatz zu mir? Ja. In the dark, 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 in the dark, dark, dark. Ja super, ich bin einfach mal direkt wieder zurückgegangen. It's the fire! Okay. Du hast ja bestimmt Lust in den nächsten. Ich hab ein Problem, hier funktioniert mein Angel Ring nicht. Ah, warum nicht? Ach stimmt. Ich hab ein Problem. Du bist aber, also hier, ne? Ich hab ein Problem. Baloui da unten. Ja, geil. Warum funktioniert hier der Angel Ring nicht? Ich weiß es nicht. Weil er nicht durch Dimensionen ist. Warum ist meine Rüstung weg gewesen und alles? Oh, wie soll ich denn da drankommen? Was glaubst denn hier so oder furzt? Sag mal, Uni, bist du das? Nein. Baloui, du bist tot, oder? Ja. Dann kann ich das Wasser einmal wegmachen. Ja, aber das hilft mir doch nicht. Ich muss da doch hin jetzt kommen. Wieder meine Sachen haben sofort. Voll, ich wollte hier nie hin. Aber mein Angel Ring gilt. Hat den bestimmt. Wirklich? Was denn? Ja, oder haben die mir die Sachen ausgezogen? Haben die irgendwas gemacht da, irgendeine Fähigkeit? Ja, ja, es kann sein, dass ein Creeper, wenn der explosiert ist, dir das zurück auszieht, ja. Und jetzt? Bei mir funktioniert das Ding aber nicht. Aber wir haben ja auch nicht diesen Angel Ring, oder? Oder hast du den? Nein, konntest du hier fliegen, oder konntest du nicht fliegen? Ich hab den Spot Ring. Den Squid Ring. Ja, ich auch, aber ich kann nicht fliegen, hier. Hast du den in der Foto, oder im Inventar, oder in deinem Rucksack? Ich hatte ihn da angezogen. Guck mal, ob er den Baubels noch drin ist. Wenn ich ihn in der Hand habe, geht's. Das geht auch bei mir im Baubels, also bei beiden geht das. Machen wir wieder den Baubels. Vielleicht muss man den einmal raus und rein. Das kann sein, aber bei mir geht's. Ja, ich hab ihn das einmal raus und rein. Ja, toll, und wie komm ich an mein Zeug? Na, schüpf, los. Da sind so viele Monster, die töten mich instant. Miri, entweder gehst du, oder... Uuuuuh, ja, 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 ich nicht. Lalalala. Miri, du kannst das nicht, oder? Gib mir am besten deine Rüstung und deinen Ring. Und ich gucke mir, was soll ich wieder? Doch, ich bring dir das wieder. Nein, natürlich nicht, ich bin gestorben. Ich hab Fackeln. Balu, nimm das Schwert. Dann gibt's Balu, die Fackeln. Balu, ich denkst du noch was anderes. Was? Hast du Kohle? Was ist das? Das Ding setzt automatisch Fackeln, wenn du welche im Inventar hast. Balu, ihr musst jetzt rennen und die Beine anzusetzen. Los, lauf. Ja, und dann? Nimm erstmal die Kohle und das Boot. Das heißt, also ich muss da nicht aktivieren oder deaktivieren, oder was? Hier, das ist deaktiviert. Ja, und was meint dann? Aktiviert. Nichts. Das hältst du einfach nur im Inventar und solange es nur im Inventar lässt es Fackeln. Euer Rio. Ich will das sehen. Das ist eine dumme Idee, ich hasse euch. Lauf mal, Lui, lauf und setzt möglichst viele Fackeln. Das werde ich nicht überleben. Ich werde das nicht überleben. Ja. Das hat lange gehalten. Achtung. Miri, komm hierher. 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 Wer soll ich denn da hinkommen? Scheiße. Das ist kein guter Ort. Nee, ist es auch nicht. Hast du noch so eine Lampe? Nein, und die ist verdammt teuer. Die ist verdammt teuer. Warum hast du sie dann bei Lui mitgegeben? Echt mal. Fies. Aber Miri, wie kommen wir hier wieder weg? Oh, fliegen. Okay. Hier ist kein schöner Ort. Ich wollte von Anfang an nicht hierher. Das stimmt, das kann ich bestätigen. Ja. Ich wusste, dass wir hier alle sterben. Das ist halt so lustig. Aber bei Lui, da ist jetzt Wasser. Du kannst also unberuhigt wieder runtergehen. Nein, die schießen mit so vielen Pfeilen auf mich, dass ich so schnell tot bin. Ja, ja. Was soll ich denn sagen? Ich habe noch niemals Rüstung dabei. Also ich hätte Gravel, den könnte ich runterwerfen. Oh ja. Trinkt das was? Du kannst das Grab damit so einkreisen, dass da nichts drin ist. Wie viel Gravel willst du da runterschmeißen? Weiß ich nicht, dass ich eine Wand habe. Eine Menge. Walu, Fackel? Oder Schwert? Ja, gerne. Du könntest mir auch helfen mit deinem Multibow. Du kannst mir helfen. Miri, du musst mir deine Rüstung geben. Nein. Du musst. Ja, jetzt cheat ich mir jetzt halt eine, damit ich weiterspielen kann. Dann cheat dir doch eine. Du wolltest hierher. Ich habe gesagt, lass uns da nicht hingehen. Und du so, na, ich gehe dann mal auf Wiedersehen. So hast du das gar nicht gesagt. Doch, doch. Das ist schon ziemlich. Hast du mich gerade versucht zu hauen? Nein, abgerutscht. Aha. Sind wir schon unten? Zähle ich wieder runter? Weiß nicht. Weiß nicht, was ist hier leicht gemacht? Ich versuche den Schatten komplett bis unten zu ziehen, damit ich unter die Erde komme. Weil mein Ziel ist, es ist, unter die Erde zu kommen. Weil da unten Ressourcen sind. Ach so. Wo ist mein scheiß Grab? Also ich habe jetzt vermutlich eine drei hohe Mauer um alles gezogen, glaube ich. Das reicht nicht. Eventuell. Vielleicht. Ich glaube nicht, dass es reicht. Aber irgendwie ist da unten ein Treffel angekommen. Das gefällt mir. Doch, da ist Treffel angekommen. Ja, ist da unten. Nice. Ich stelle mich mal hier. Hallo. Aua. Aua. Aua, Aua. Aua. Hilfe. Hetzrigst du? Balu, hier hast du alles wieder. Ja, ich habe alles wieder. Also außer die Lampe. Die ist noch da unten. Da kümmern wir mich jetzt nächstes drum. Jetzt muss ich erst mal gucken, dass ich wieder fliegen kann. Und dass ich da unten erst mal Platz schaffe. Nein, 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 nein. Oh. Glaubst du es nicht? Ich habe sie leicht runtergeschossen. Hallo, ich bin wieder da. Das war auch so. Das ist ein ganz dover Ort hier, Miri. Das ist ein dover Ort. Ich habe gesagt, das ist ein dover Ort. Aber du wusstest nicht, wie doof der Ort ist. Ja, ich wollte trotzdem nicht hierher. Sie hat an sich einfach schon gedacht. Ja. Das war halt die Frau, ne? Das ist Zufall. Ich wusste, der Ort ist scheiße. Wusstest du gar nicht? Du warst hier noch nie in deinem Leben. Alle haben gesagt, der Ort ist scheiße. Also dachte ich mir, der Ort ist scheiße. Der Ort ist nicht scheiße, der ist schön. Ja, finde ich auch. Ich liebe es zu sterben. Wo ist mein anderes Grab mit der Lampe? Ist es denn da unten jetzt schon sicher? Ja, ja, total. Nee, doch nicht. Doch, doch, ist es. Absolut. Gut. So. Die sind nicht sicher aus. Jetzt platzieren wir erst mal Fackeln. Dann spawnt da nichts mehr. Da müssen wir sie noch töten. Dann können wir halt aufräumen. Balu, rennen. Rennen, Balu. Tue ich. Ja? Iri, wenn du mich aus dem Wasserstrom stützt, ich sterbe. Das war aus Versehen. Das passiert einfach so. Das ist keine böse Absicht. Ihr habt keine Fackeln mehr. So, jetzt kann ich hier aufräumen. Ja, räum mal auf. Pass mal auf. Wo ist mein Zauberstab? Balu, ist Armee. Go. Ich glaube, dass ich die Akku gerade von ein paar Dingen habe. Also zu dem Fall, die schießen mit Wilder Pfeilen. Ach, okay. Ich habe nur noch drei Herzen. Gut zu wissen, dann gehe ich einfach wieder weg. Und ich habe nichts zu essen dabei. Ich kann dir Essen geben. Meine Armee rollt auf. Ja, das brauche ich nicht. Alles gut hier. Warte, warte, warte. Warte, wenn du dich da... Warte. Guck mal. Warte. Ich kann das ja mal... So. Schlimm sind ja diese verzauberten Arschis hier. Verzauberten Arschis. Ja, die kenne ich auch. Attacke meiner Armee, Attacke. Und was ist der Plan dahinter? Spawnen da nicht ständig neue? Ja, ha. Nicht im Licht. Was willst du denn? Du willst doch... Du möchtest doch ganz viel XP haben. Also musst du Monster da betonen. Aber ich will nicht. Kann ich die Spinnen übernehmen? Lass sie leicht arbeiten. Also ihr könnt runterkommen. Hier ist gemütlich. Ja, ja. Ich habe keine Rüstung an. Na gut, dann ist das natürlich ungemütlich. Aber der Rest ist... Ja, was bist du da reingegang? Weiß ich auch nicht. Ich bin auch ohne Rüstung hier. Also bitte. Obwohl, ich habe glaube ich ein Shetplate an. Oh, eine Hose, aber mir auch nicht. Sag mal nicht so an. Aber ich weiß nicht, wenn ich mich töten soll. Aber ich weiß nicht, wenn ich mich töten soll. Skelette von Baloui greifen uns genauso an. Ausversehen. Ja, nee. Nicht ausversehen. Guck mal. Das rennt zum Beispiel hier rum und will mich töten. Ja, ich wusste nicht, dass ihr schon unten seid. Da hätte ich nicht nochmal gesporen. Entschuldigung. Kommt nicht wieder vor. Ja, ich glaube, das hier ist zum Beispiel auch so ein blubberndes... Oh, ich komme da nicht gerade noch umschießen da zu schnell. Was ist los mit dir? Baloui, könntest du mal... Oder Miri, hier das über mir. Das Ding, das will mich töten. Und äh... Das über dir. Das, das bei mir, das blubbert so komisch. Das blubbert so komisch. Boah, das eine hier mit der goldenen Rüstung. Das ist so schnell im Schießen. Ich komme da gar nicht nah ran. Wo ist es Miri? Die Dax doch gemütlich, oder? Weg nicht da rein, rein nicht da rein. Boah, ich kriege ja selber Schaden davon. Das ist halt ein Friendly Fire-Ding, ne? Wir bräuchten halt noch ein paar mehr Fackeln. Thomas! Nee, Martin. Ist egal, einer von beiden. Die klingen halt ähnlich. Ja, genau. Thomas und Martin. Die Namen, die nicht am ähnlichsten sind. Wenn das so weiter macht, gehe ich gleich. Oh, meia. War aber nicht böse gemein. Das ist Mobbing. Das ist halt echt Mobbing. Sorry. Das ist ein tiefstes Mobbing-Badoui. Kommt nicht wieder vor. Hoffe ich für dich. Oh. Wow. Ich mache hier einfach mal das, was ich am besten kann. Ich baue Dinge ab. Das ist ja der, 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 das ist ja deswegen, weswegen zähle ich hier rein wollte, um Dinge abzubauen. Oh, ich hasse diese unsichtbaren Creeper. Wo ist er jetzt hin, der Arsch? Kommt am besten mal nicht in meine Nähe. Ich mache, beschwüre Skelette. Geht irgendwo anders hin. Okay. Ich gehe hinten hin und versuche das Skelett, was Miri angreift, zu töten. Oh, okay. Es mag mich jetzt. Oh Gott. Hilfe. Hilfe. Alday. Oh, das ist schon wieder eins in der goldenen Rüstung. Oh nein, okay, Leute, ihr dürft... Nein, das habe ich vergessen. Man darf ja im Deep Dark nicht zu weit im Dunkeln sein. Da kriegt man ja Schaden. Fuck it. Ja, deswegen ist es Deep Dark. Fuck it, nein, 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 nein. Nicht schon wieder sterben. Oh, come on. Was? Am Darkness, am Dunkelheit. Oh nein, was ist das denn? Oh, ich drehe am Ratsch. Das habe ich ja voll verpennt. Dass es diese Scheiße gibt. Weil nur diese sind im System sind Fackeln. Ich gehe weinen. Oh, wo kommst du her? So eine Information, da war ich ein Creeper. Äh, Kobbel. Kobbel. Ich könnte gerne ein bisschen kochen. Okay, also ich finde es hier sehr gefährlich. Oh. Äh, bei dem Squid Ring muss ich da gedrückt, die Leertagssaal? Ja, das ist immer nur beim Drücken. Miri, du musst mich jetzt beschützen, ne? Oh, was? Ja, dass ich zu meinem Grab komme. Was? Danke. Wo bist du denn? Im System sind noch ein paar mehr. Ja, habe ich schon genehmt. Genehmt hast du? Habe ich schon genehmt. Ja, ja. Komm her, Miri, und du musst mich beschützen, wir haben die darüber laufen. Bist du noch da unten? Ja. Oh, meine ganzen Level, die ich gefarmt habe. Oh, ich dreh durch. Miri, ich habe gehört, da gibt es Level vom Sonnen. Oh, stimmt. Komm her, komm her, drunter. Achtung, da kommt wieder ein Creeper zerleicht. Achtung. Miri, bist du hier? Ja, unter dir ist ein Creeper. Schaut auf, wir müssen ihn. In die Richtung hier, da rüber, da, da, da. 40 Meter in die Richtung. Ihr müsst vor. Aua. Da ist ein Babyzaum hinter mir. Ich sehe halt gar nichts, ne? Ja, das... Das kommt mit dem Alter. Wir haben eine Leiter gebaut. Ey, wo ist denn mein Grab hin? Ja, da oben. Wo ist das da oben? Oh, scheiße. Weil du bestimmt im Fliegen gestorben bist. Wahrscheinlich. Ich glaube auch. Leute, ihr solltet mich beschützen. Ja, das tun wir doch. Ja, geht doch nicht. Warum geht das nicht? Weil da noch all mein Zeug liegt. Dann musst du Fackeln setzen. Boah, ich... Boah. Ich muss das nochmal gleich hin. Wir müssen jetzt erstmal eben... Ätzend! Boah, ey. Diese Maschinenskelette, ne? Also, ich weiß nicht. Ja, ein bisschen übertrieben, das Ganze hier. Ein bisschen. Mein ganzes Zeug liegt dann noch. Ach, wieder so ein Zombie. Oh, nein, der hat Kleidnis. Oh Gott. Boah, ich sehe nichts mehr. Kriege ich jetzt Schaden, weil ich nichts sehe? Weil ich im Dunkeln bin? Nee, ne? Hey. Wo ist der Ausgang? Wo ist der Ausgang? Ich kann nichts sehen. Oh, doch jetzt. Alles gut. Ich kann wieder sehen. Wenn mein Zeug verschwindet, ne? Dann bin ich echt sauer. Soll ich das aufheben? Nein, nein. Da ist ja auch noch die Lampe dabei. Ich hole das jetzt schon. Ich muss nur einmal heil nehmen. Oha. Da geht er jetzt hin. Ich habe aber hier auch ein Glück, ne? Sag es euch. So, ich bin jetzt erstmal hier oben hin. Ich bin jetzt mal die Rüstung an, die ich gefunden habe. Nämlich das da. Wo ist denn die blöde automatische Fackelmaschine? Wer hat die von euch eingesammelt? Und das da. Was, vielleicht ich? Ich habe sie nicht. Irgendwie hat sie auf jeden Fall. Ich habe sie. Geh mal wieder her. Wow. Wo ist Miri? Das macht dir aber auch Spaß, ne? Ah, da. Danke, danke für die Folge. Ja, gleich vorbei. Hallo, Hui. Danke. Ich müsste jetzt so einen schönen Krippchen einbauen. Jetzt bei Louise eine Sachen sehen, als sie da sehen. Ich habe meine Sachen wieder. Sie sind fies. Okay, also die Skelette gehen, äh, also Zombies, nein, Zombies gehen. Die machen einen immer nur hungrig. Das ist ein bisschen nervig, aber das geht ja irgendwie so nach. Ja. Kripper sind halt fies. Ja, die werden unsichtbar. Oh, da ist ein Skelett auf der Spinne. Hilfe! Das Schlimme an den Skeletten ist. Was ist ein Torch? Äh, die, äh, hast du welche? Ja. Bring die in Fieb Dark. Die verhindert zu Bonn. Nein, auf ihr Stück. Äh, drück die weg. Boah, dieses Skelett verschiebt. Ah, stimmt. Vielleicht mein Problem ist, ich stürze wahrscheinlich ab. Ich sehe schon wieder nichts mehr. Ich probiere es aus. Auah! Leidniss ist kacke. Nur ein bisschen. Oh, oh, oh. Ja. Oh. Okay, ich bin jetzt auch so. Oh, ich kann nichts mehr sehen. Ich kann nichts mehr sehen. Ich gehe da mal. Ich hatte die Kombination gerade nicht sehen und ertrinken, ohne dass ich ertrinken hätte wollen. Toll, ne? Ich glaube, niemand will ertrinken. Ja. Ich glaube aber, das war es so langsam mit der Folge. Fies. Ich denke auch. Ja. Wir sind genug hier drin gewesen. Würde ich sagen, deswegen... Werden wir unser Zeug jemals wiedersehen. Ja, richtig. Das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Wenn ihr das gerne aus anderen Perspektiven sehen wollt, von Leuten, die öfter gestorben sind als ich, dann guckt meine Videobeschreibung, das sind die anderen verlinkt. Fies. Ansonsten würde ich sagen, macht es gut, bis zum nächsten Mal. Bleibt ein 5-Grab. Tschüss. Bleibt schön feurig. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020